weiter geht's mit einer weiteren folge von der sturm graz karriere ich darf euch damit recht herzlich zurück begrüßen und viel spaß beim zuschauen das nächste spiel folgt gegen die admirer und zwar auswärts glaube ich nein zu hause ist auch nicht schlecht frist für die benennung des national die im kader ja und wenn euch das ganze video gefällt lasst einen daumen nach oben da und wenn du auf meinem kanal seit für mehr videos einfach abonnieren moritz schuster will mehr spielzeit haben okay ist erst 17 jahre jung so was macht man da von dem bosch stellen wir mal statt ala auf wenn man ihm eine pause ala hatte gute spiele in letzter zeit sondern statt mal rein direkt in die partie gegen die admirer und ich hoffe ihr seid dabei und drückt mir die daumen so flanken was seine flanke einfach so mal und sagt da muss drin sein sehr gut ich hoffe das wird wieder eine gute partie das readerspiel wurde leider nicht richtig verarbeitet und habe ich auch nicht abgespeichert ist leider auch verloren gegangen jetzt hoffen auf ein erfolgserlebnis gegen die admirer die wird ziemlich 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 zu kämpfen haben gegen uns hoffentlich tolle flanke die kommt auch an auf bat auf timo schmidt timo schmidt wechselt einen strafraum rein es wäre fast ein eigentor geworden schade bei rami beste heim bilanz wir haben erst eine niederlage zu hause in fünf in sechs spielen und fünf siege wir können heute damit ein dutzend voll machen schlechteste auswärts bilanz hat die admirer mit sechs niederlagen es wird die siebte und vielleicht haben es dann mehr glück nach unserem spiel und gewinnen wieder mal was so schauen wir mal monschein gut gemacht oh ja der schiedsrichter sieht hier dass das ein faul war leider guter pass aber koch ist hier dazwischen atemberaubend von den bosch mit der balleroberung wow die haben ein schnelles umschalt spiel die admirer koch jetzt mal koch es müsste schnell gehen auch den holt er sich einfach geht man da ein bisschen offensiv rein in die partie lackner jetzt und gute eroberung von hier länder hier länder wartet auf den pass noch ja da dazu lange gestockt gute balleroberung timo schmidt der wird sich wahrscheinlich prächtig entwickeln können ach schade lackner wesseli krozurek markreiter so jetzt müssen wir schnell aufbauen horwart sascha horwart warum er den da lang passt weiß ich auch nicht jetzt van den bosch der junge van den bosch kämpft sich hier durch was für eine situation einfach mal drüber geschossen es geht gar nicht ja und wenn ihr lust habt mal gegen mich zu spielen schreibt mich einfach mal an auf youtube ich gebe euch dann meine bsn adresse so knas müller die admirer hat noch alles im griff und jetzt vorsicht aber unsere junge walter pinter kann das gut lösen natürlich sehr gefragt in europa sehr sehr gefragt und das war ein absatz 25 minuten sind erst gespielt die admirer hat derzeit noch alles im griff und der los läuft weiß ich auch nicht van den bosch und ein wurf für sturm koch da ist schmidt schmidt ist jetzt mal durch schmidt und den versenkt loberitsch fast es wäre die führung gewesen die verdiente führung vielleicht sogar aber wer sie vorne nicht macht könnte hinten bestraft werden und mit einem gegendor rechnen achtung bei rami wieder starker admirer stärkster admirer pass auf monschein wann kommt der bass achtung binder wieder dazwischen löst das relativ gut achtung und wieder binder das war ziemlich ziemlich gefährlich und weiter geht's mit einer ecke schmerböck der junge schmerböck und jetzt wieder schmerböck schmidt setzt er sich durch muss sich durchsetzen schmidt noch immer schmidt ach was für eine situation schade die admirer schließt hier die lücken ziemlich gut noch aber noch so tot mit dem einwurf die admirer ein bisschen verwirrt nach dem angriff lakner vielleicht schlägt sie jetzt zurück mit einem tollen angriff und pinder rettet mit dieser wahnsinn start die granate eckball nächster eckball und vielleicht jetzt das schnelle umschaltspiel mehr böck kommt hier nicht vorbei finde ich sehr schade sturm hat so die probleme und vielleicht sollte man auch die taktik dann nochmal umstellen nächste flanke sehr gefährlich ok dann läuft einfach mal weg jetzt über die andere seite hier länder hier länder wartet hier sehr lange und dann der wahnsinns pass auf an den bosch und das muss jetzt rot sein für wer war es nochmal grob zurück glaube ich nein vostri vostri schon eher rot direkt rot und damit schickt der marcus vostri vom platz und das kurz vor schluss der ersten halbzeit ah ja was war das nichts besonderes dieser freistoß aber muss man auch so mal schießen den lycoghani ist natürlich noch nicht in top form jetzt eine misslungene flanke das hat mir anders ich glaube Lackner war es das sturm jetzt aufführt ist auch nicht normal ja auf den anderen plätzen steht es mit 1 zu 0 für St. Pölten auch überraschend und SCR Alltag gegen Wolfsberg nicht zu verwechseln mit Wolfsburg wenn der monge hat Stärke 70 Cater vielleicht in der zweiten Halbzeit bringen können wir uns genauer dann anschauen und weiter geht es mit der zweiten Halbzeit zack schnelle kombinationen dürften hier helfen aber auch wenn man ein bisschen genauer ist da laufen sie sich gegenseitig rein das gibt es ja gar nicht Lackner die Admira kommt trotz einer Unterzahl vor das Tor und Lycoghanis löst das geschickt oh gefährlich ja der war weniger gefährlich aber die Kombination war nicht schlecht so Schmerberg jetzt ist mehr Platz und er geht durch die Mitte durch Marc-André Schmerberg was macht er damit? Marc-André Schmerberg was macht Schmerberg damit? er zieht einfach daneben diesen wunderschönen in den Antritt zieht er aufs Tor und dann versemmelt er den Ball Monschein Christian Monschein Christoph Monschein gut gelöst wieder Marc-Reiter so da ist Sascha Horvath Sascha Horvath da ist Schmidt bombardiert er aufs Tor und da hat sich glaube ich Schmidt verletzt Spiridonowitsch und da hat sich noch mal verletzt Spiridonowitsch kommt für bei Rami ich glaube wir sollten auch wechseln leicht angeschlagen das machen wir jetzt sicherheitshalber dass wir da wem bringen wem bringen wir da Bridedonowitsch wäre der beste Ersatz leider ist Schmidt schon wieder mal verletzt das geht normalerweise gar nie gut so wieder dazwischen Marc-Reiter löst das geschickt super Pass aber Leitner ist da ein Ball normalerweise muss das ein bisschen schneller gehen jetzt probieren wir mit mehr Ballbesitz und Pressing klar zu kommen hier damit wir mal treffen 60 Minuten gespielt Achtung groß zurück super gelöst von der Abwehr jetzt wartet hier ein bisschen von den Bosch super Pass auf Bridedonowitsch der zieht sofort aufs Tor Bridedonowitsch was? was macht denn Bridedonowitsch bringt den Ball einfach locker rein dabei hätte Schmerberg hier den Ball einfach nur versenken müssen hier Lender wieder aus da wird ihm einfach der Ball abgenommen gut gemacht von dem Bosch und wieder Fehlpass oh ja da wird die komplette Mannschaft müder wir brauchen nur ein Türchen Doppelwechsel ich glaube Doppelwechsel wäre sehr empfehlenswert Horvath ist schon ziemlich am Ende das setzen wir jetzt Allah hin Kater auf die linke Seite oder von dem Bosch raus Kater rein wir brauchen schnelle Spieler Kater ist ziemlich stark und leider ist er ja im wahren Leben bei SKN St. Pölten einfach mal suspendiert worden wegen einer Schlägerei was haltet ihr eigentlich davon einfach suspendieren obwohl der andere der Spanier schuld war ich finde das war ein bisschen unfair einfach beide rauszukicken so jetzt mal hier Lender jetzt ist mal im Strafraum Kater Alsane Kater Superbars Schmerberg kommt schon wieder an den Ball also Schmerberg hat mehr Chancen als er im Tor versenken kann wir müssen das irgendwie geschickter lösen jetzt probieren wir mal offensiver zu bleiben 74 Minuten gespielt das wird eine Zerreißprobe gegen 10 Mann so Kater Allah und irgendwie laufen sie sich da gegenseitig rein Superbars und Kater das gibt es ja gar nicht da wird er einfach rumgeschubft da hat Leitner aber ziemlich überreagiert hier Lender und schon wieder ein Fall Schmerberg Adam Bonji ach die kommen hier nicht durch die Admiraner stehen hier so dicht gestaffelt und jetzt ein schneller Konter vielleicht müssen wir das Umschaltspiel schneller verwandeln Achtung Daniela aber hier bietet sich keine Möglichkeit zum passen an 82 Minuten gespielt mhm pfff gibt es ja gar nicht der biegt hier auf den Ball wie eine Wurstsemmel guter Pass viel zu schlecht verarbeitet und jetzt fällt das Tor Marc-André Schmerberg er kann es ja doch Chancenvernebler Marc-André Schmerberg nach der gefühlt hundertsten Torchance steht die halbe Mannschaft hinter ihm beim Jubel denn das hat er sich heute verdient Wahnsinns Tor 1 zu 0 damit müssen wir jetzt noch mehr Gas geben die Admirer weiß sich zu wehren und Schmerberg der der am weitesten und am öftesten aufs Tor geschossen hat beziehungsweise am weitesten gelaufen ist auf dem Spielfeld so Schmerberg wieder Gute Pareroberung hier Lender Seed hier Brided and Monji Brided and Monji zieht sofort hinein gut gemacht hier Lender oh schade es war sehr knapp ein kleiner Arbeitssieg wäre schon von Vorteil Achtung und vielleicht taktisch jetzt umsetzen auf mehr der Ball kommt auch nicht an schade 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 aber das Sieg ist da Gott sei Dank durch einen Marc-André Schmerberg einen Sieg gesichert kommt nicht alle Tage vor aber es kommt vor 0 zu 2 St. Belton gewinnt gegen die Austria Alltag gewinnt auch ganz knapp mit 1 zu 0 und durch ein spätes Tor trifft auch Schmerberg so Moritz Schuster gehen wir mal simulieren und schauen wir was da rauskommt dabei Binder verstärkt sich hier und Schuster auch das heißt wird schon besser wird schon besser ja aktuell haben wir 9 Punkte und wir haben eine schwierige Woche vor uns Donnerstag Champions League äh Mittwoch Champions League Spiel mit einem Sieg könnten wir ein Real gegen Gala gewinnt oder unentschieden spielt könnten wir Platz 1 und oder auch Platz 2 sichern ja Lyon abgeschlagen mit einem Punkt aber mehr zu diesem Thema beim nächsten Mal wieder aber vorerst schauen wir mal in die Jugendabteilung wow 48er Stärke Jugendmannschaft Joshua Dehaan nicht schlecht 58er ZM TK also wir haben aktuell starke holländische Spieler da drinnen gefällt mir absolut und Schölke will wechseln ja und damit sind wir schon am Ende des Videos wieder angelangt ich bedanke mich recht herzlich wie immer fürs Zuschauen für eure tolle Unterstützung schaltet weiter brav ein und ja bleibt dran am Ball Ciao Ciao